ja hier hoch und fast geschafft da steht zwar ein auto aber last lang fahren macht auch spaß was für große kaufen ein auto er kann ja durchheizen achterbahn scheiße falsche richtung ach ja da würde ich den noch mal können wir weiter da auch schon etwas rostiger motor und wir müssen dahin könnte ich auch auf den gleisen fahren da kommen wir noch weniger gegner entgegen ach ja habe ich schon mal gemacht doch mit dem auf zug schienen fahren hast du dich in rahmen können jemand achten habe ich doch schon mal nicht gefunden oder war es nicht der der hier irgendwo zum felsen oben ist und den man nicht finden kann doch paraglider stimmt irgendwo wenn hier einer ist könnte man es auch so holen ja wenn einer irgendwo ist meine ich doch ja weil der ist ja da oben da komme ich nicht hin aus das hat einen tipp für mich wie ich da hinkomme dann könnte es mir sagen oder keine andere video antwort irgendwie dass ich das auch weiß doch wieder hier rein weil da ist eine station ach ja irgendwie lustig mit zum laster zu fahren die tür fällt fast raus oh tolle karte ja kommt jetzt noch was ja neue karte diamantenkoffer ach da war ich schon dann geht es weiter nach unten und ich denke bei dem untersten ähm haus werde ich mal halten bei dem ach wie soll ich sagen unterschlupf jetzt weiß ich es unterschlupf genau und wir sind wieder auf der straße ach so eine scheiße die wollen es nicht glauben dabei ist doch mein laster zu füllen wahrscheinlich verfolgen dem ich deshalb alle ach ja scheibe wird auch immer dreckiger wir sehen kaum noch was so jetzt geht es wieder hier durchs gelände weiter jenseits der straße aber gleich sind wir bei dem unterschlupf ach ja und jetzt qualmt auch unser auto noch aber wir sind ja fast da wo hast du mir geschreckt bist du ja du bist gegen mein auto gerannt schlaue tiere gibt es hier schon ja vielleicht können wir auch mal dass du gegen das auto rennst los renn komm ich bin da nicht in mich ja in die richtung jetzt rennen mein auto schade auch egal wir wollen hier keine tiere quälen das wäre ja schlimm renn halt ja genau hoh wie viele schüsse der aushält ich weiß er nervt jo und wo bist du wo bist du kleiner mensch da ist einer wo da ist auch einer da ist ja noch einer ja wir kommen hier von hinten habt ihr mich zwei spritzen gekostet neue versorgung ak nein hier schön nein habe ich schon voll hier munition da fehlt mir noch einiges und rein speicherhaus spritzen für granaten hier auch noch was munition habe ich jo dann werde ich hier speichern und ich hätte gesagt wir sehen uns dann bald wieder heute waren es wieder mehr folgen weil ich eben meine uhr vergessen habe zu stellen und wir sehen uns das nächstes mal wir sehen uns nächstes mal so tschau 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 tschau